Moin Moin! Hallo und herzlich Willkommen zu BauFix24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars. Es geht um Zwangsversteigerung, es geht um das liebe Finanzamt. In diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal 4, 4,5 Jahre für eine große Deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Grundstück suche, mal grob anweisen, was sollte man besonders verachten. Lage, Kinder, Wattenschule, ja, ja. Grundstück. Kennen Sie die drei allerwichtigsten Kriterien bei einer Mobilität? Ja. Irgendjemand momentiert hier was? Lage, Lage, Lage. Bingo. Ja, und bei den Amerikanern, die haben sogar fünf wichtigste Kriterien. Da kommen noch viertens und fünftens Lage dazu. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung. Alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020